Musik Moin Moin und herzlich willkommen zu einem Schocker-LP mit mir, euren Duran. Und wir spielen ein Game von Jakob Naibo, Aaron Naibo. Oh, das scheint ein Brüder zu sein. Sam Jeffery, der ist nicht für den erwarten wahrscheinlich. Ich hoffe, ich spreche den Namen auch aus. Shane Campbell. Ja, es ist ein Indie-Horror-Game, meine Freunde. Eigentlich ist es so weit, ich kann es flüssig aufnehmen. Es ist dunkel. Und es trägt den Titel. Der Groundskeeper. Oh, ja. BSD-Walk, open doors, open objects. Ja, ich habe das Ganze nämlich schon mal aufgenommen. Ich... Ich habe nie gedacht, dass das mit mir passiert hätte. Das klang nicht gut. Hier bin ich. Allein. Hier bin ich. Wir müssen hier einen Weg finden. Klicke weiter. Peng. Und da sind wir. Oh, das sehe ich nicht gut aus. Wir sind abgestürzt anscheinend. Und die Aura, die Maus-Regulation ist enorm. Oh, die Maus muss ich nicht achten. Okay, dieses Indie-Horror-Game. Sehr dunkel. Ich habe es schon mal gespielt, leider ist es dann ziemlich abgesackt. Ich bin nur noch am ruckeln und es bringt nichts. Aber es ist jetzt schon eine Weile her und ich hoffe mal, dass ich mir allzu viel von... Was war das? Okay, die Dunkelheit gefällt mir absolut nicht. Das ist ja sowas überhaupt nicht gemacht, ne? Wo führt uns der Weg hin? Hm, noch immer geradeaus. Das ist ja... Okay, was ist denn da? Klitsch-Cabin. Joa. Mal hingehen, ne? Here I am. Lock me like a... Ne, Moment. Ah, egal. Okay, der hat mir sehr Wolken gedeckt. Ziehen die auch weiter, oder? Die Wolken stehen. Und wir wollten aber nicht sagen, dass ich hier rein muss. Oh, scheiße. Oh Gott, muss das Radio laufen. Ich will die Türen öffnen. Oh, guck mal die Häcks aus Schneewittchen. Boah, voll der Geldrabe. Oh, hier stehen noch immer Stühle, Bücher. Locked. Oh. Locked. Oh nein. Nicht nach oben. Okay. Was vom Teufel. Alter, Mann. Fängt schon gut an. Lass mich alleine. Bleib weg von mir. Bleib weg von mir. Somebody... Please save me. There is no hope. Kann ich den Hammer oder Achsflamm... Ich kann natürlich nicht mitnehmen. Alter, was war das denn? Locked. Ich habe das Gefühl, dass ich die ganze Zeit im Hintergrund auch Schritte höre. Ist alles abgeschlossen. Die Mausempfindlichkeit ist sehr hoch eingestellt. Ich kann mich auch leider nicht ändern. Ich werde das etwas entschuldigen. Okay. Ich kann Sachen aufheben, die irgendwo auf dem Boden liegen. Ich werde mich noch mal ein bisschen genauer umgucken hier. So Schlüssel- und Tonbandgeräte gibt es hier. Aber hier scheint nichts zu sein. Vielleicht... Ist auch nichts. Nee. Okay, dann gehe ich noch mal runter. Boah, aber man merkt jetzt schon, wie man angespannt man ist, ey. Alter, guck mal. Da ist ein Schlüssel. Okay, jetzt kann ich wahrscheinlich irgendwo eine Tür aufmachen. Ich gehe mal davon aus, dass es oben ist. Hier, okay. Was ist denn hier? Ist das eine Party, oder was? Party! Wie viele Stühle hat er denn hier? Ich gehe mal vorbei, da. Ich gehe mal vorbei, da. Glaubt. Hier muss ich wieder etwas finden. Was wird jetzt wieder bei Bioshock, oder was? Mein Name ist Jeremy Klitsch. Hi, Jeremy. Heute ist November 17, 2007. Und es gibt ein paar strange Dinge passieren hier. Mein Nachbar's Groundkeeperer hat sich wandern und schreit auf meinem Haus spürt. Ich weiß nicht, warum ich das sogar noch mal schreit. Ich glaube, er ist einfach wirklich zu kommen. Ich habe versucht, mit den Studworths zu sprechen. Aber er sagt mir immer, dass sie aus dem Zeitpunkt sind. Ich weiß nicht, was passiert hier. Aber ich mag es nicht. Oh, ein altes Telefon. Keine Ahnung, was das soll. Jetzt hat sich ja durch Schlüssel und Tonbandgeräte öffnet sich ja wieder was. Beziehungsweise ist was offen. Oh mein Gott. Da stand die Sache an der Tür. Er ist an der Tür. Ich weiß nicht, was zu tun 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 Nur Das sind vielleicht meine letzte Worte. Wer das hört, komm jetzt raus! Alles klar. Wahrscheinlich muss ich jetzt nach oben. Da waren ja auch noch Türen. Hallo! Hallo, hallo! Hallo! Da klingelt doch nicht gerade wirklich das Telefon, oder? Ist doch nicht bei mir, sondern da. Ach du Schande. Schande ist nochmal. Oh, Quatsch. Hallo? Hallo? Voll panisch hier. Was? Was? Sorry, verwählt, Mister. Gehen Sie weg! Tschüss! So! Der hat sich wohl verwählt. Der kann uns ja gar nicht meinen. Ja, er sagte sowas wie, I'm always watching you und das Radio ist aus. Hä? Sweet. Da war noch eine Tür, die... Oh ja, klar. Ist die offen, oder was? Alter, hab ich die denn zusammengetreten? Hallo, 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 hallo. Hallo, 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 hallo. Warte, jetzt sind wir, cool. Okay, das war jetzt, Gott sei Dank, das fand ich cool creepy. Geh raus, save yourself! Use the key to escape, I could not. Oh Gott. Okay, dann geh ich. Tschüss! Also anscheinend ist das ja so ein Aufwärmenprogramm auf das, was noch kommen wird. Super, ich freue mich. Da knurrt selbst mein Magen, hä. Ach, guck, haben wir einmal die Runde gemacht. Wir können leider auch nicht schneller laufen, das ist die maximale Laufgeschwindigkeit, sozusagen. Auch sehr interessant. Wir haben uns ja nicht eilig. Der hat seit einfach sein Kinderbett umgeworfen, hä. Mami wird ganz schön sauer sein, wenn sie da draus kriegt, Groundskeeper. So, von da kommen wir nicht mehr raus, wir müssen also die andere Tür nehmen. Irgendwo hier war doch einer, was hat sie denn? Ja, da ist sie. Diese schwarze Tür, was schwarz bedeutet nämlich der Abschnitt, ist vorbei. Jetzt wird ein neuer Abschnitt und wir sind wieder raus. Ich folge einfach mal den Weg hier. Das war die Cabin, die haben wir jetzt hinter uns. Ich hoffe, das hier ruckelt nicht zu sehr für euch. Ich weiß auch nicht, das ist jetzt gerade ein bisschen. Aber wo jetzt geht es mittlerweile wieder? Ja, die Bäume sehen auch alle so schön nach rechts geneigt aus. Dann gehen wir mal hier lang, oder? Das ist doch nur eine Frage der Zeit, bis der mich aus dem Wald rausschnappt, ey. Was ist das denn jetzt hier? Wilkins Lodge? Okay, ich meine wir müssen erst zu Wilkins Lodge. Oh Mann. Mach mal das. Okay, ein großes Gebäude. Treppen. Okay, da geht es rein. Alles klar, hier scheint das in dem nächsten Gebiet zu sein. Sweet. Sieht doch angenehm aus hier. Okay, überall die Stühle. Sag mal, was ist denn das für einer? Ein Stuhlfanatiker oder was? Okay, hier scheint aber gar nichts zu sein. Dann gehen wir mal ganz schnell wieder raus. Oh, ich bin unglaublich angespannt gerade. Da läuft er. Was hat er denn? Der hat sich in die Hose gemacht. Der hat sich denn gelaufen, bitte. Kech, 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 kech. Der hat sich doch voll ein, ein geeimert, ey. Der hat sich aber ordentlich geeimert, ey. Der arme Kleine. Oh, ein Tonbad. Listen! Er hat sich in meinem Vorjahr in den letzten Stunden. Ich kenne ihn. Wait! Er ist nicht mehr da. Hey! Was machst du da? Haha, voll geil. Was ist das? Was ist das? Locked. Ne. Ist hier noch irgendwo was? Irgendwo was übersehen? Ja, ist wahrscheinlich oben was aufgegangen. Gehen wir mal nach oben. Da jetzt irgendwo was liegt. Mal lucken. Ich weiß das halt nicht. Sieht aber auch komisch aus hier. Hier gibt es auch noch Lack. Wo baut sich denn so ein Haus? Und da hängen sich denn solche komischen Bilder dahin. Super geht's hier weiter. user. predominantly, Aber Peter. Ja. bist du drauf zu